Hallo, ich bin Jakob. Bei diesem schönen Wetter haben wir uns mal nach draußen gesetzt für unser Interview. Ich habe als Gast heute Stefan Brinktrine, den Bezirksbürgermeister von Münster-West. Und er kann uns vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, was so ein Bezirksbürgermeister überhaupt macht. Schön, dass Sie sich zur Verfügung stellen. Bitte stellen Sie sich doch einmal kurz selber vor. Ja, mein Name ist Stefan Brinktrine. Ich bin 44 Jahre alt und bin seit ca. 20 Jahren Kommunalpolitiker. Und seit dem Juni 2014 bin ich Bezirksbürgermeister für die westlichen Stadtteile unserer Stadt. Bruxel, Albachten, Mecklenbeck, Nienberge, Häger, Giefenbeck. Kann man das denn hauptamtlich machen? Also es klingt ja jetzt gerade schon ziemlich wichtig. Verdienen Sie dabei was? Sind Sie den ganzen Tag damit beschäftigt? Ich kannte den ganzen Tag damit beschäftigt sein. Bin ich oft auch. Trotzdem habe ich noch einen richtigen Beruf, mit dem ich mein Geld verdiene. Und mein Chef hat es mir Gott sei Dank ermöglicht, dieses Ehrenamt auszuüben, wo man auch mal Vormittagstermine wahrnehmen muss, wo man früher nachmittags mal los muss. Was macht man denn inhaltlich als Bezirksbürgermeister so? Also die Hauptaufgabe eines Bezirksbürgermeisters, da wo er eigentlich am meisten wahrgenommen wird, sind die Sitzungen der Bezirksvertretung zu leiten. Das tut man in Vertretung des Oberbürgermeisters, der ja die Ratssitzungen leitet und das Pendant für die Bezirksvertretung, die nochmal unterhalb der Räte angesiedelt ist. Dann habe ich noch qua Gesetz viele andere Aufgaben, die ich zu erfüllen habe. Wenn neue Baugebiete entstehen, muss ich Bürgerinformationen durchführen. Man ist auf vielfältigen Jubiläen eingeladen. Man kümmert sich um die hohen Geburtstage und die runden Ehejubiläen. Also so ein bisschen repräsentative Aufgaben, aber auch Ansprechpartner für die Bevölkerung. Man ist in erster Linie Ansprechpartner. In erster Linie. Wenn ich in Nienberge an der Fleischtheke stehe, dann sind die ersten drei Themen schon abgehandelt. Wo ich sie schon mal gerade hier stehen sehe, kann ich sie mal gerade fragen. Was natürlich dazu gehört, was ich auch gerne tue. Das ist halt der Vorteil der Oberbürgermeister. Es kann halt nicht überall immer sein, Bezirksbürgermeister gibt es sechs Stück in Münster. Die sind dann auch schon eher greifbar. Jetzt wenn ich mal konkret ein Problem habe oder eine Frage habe, ob man jetzt nicht irgendwie baulich was in meinem Viertel ändern kann oder sowas. Wie kann ich das an Sie herantragen? Sie haben es gerade gesagt, an der Fleischtheke meinetwegen. Aber wie geht das Thema dann weiter? Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel? Ja, kann ich gerade nennen. Es hat gestern ein gutes Ende genommen. Eine Großmutter aus Ruxel, die auf dem Spielplatz ihre Kinder betreut, ihre Enkelkinder betreut. Und sagt, ein Spielgerät, das ist relativ gefährlich für meine Enkelkinder. Da steht gar keine Bank. Da muss ich immer daneben stehen. Und da stehen so viele Bänke an der Stelle, wo man gar nichts einsehen muss. Könnt ihr nicht eine Bank umsetzen? Dann stellt man sich das immer so leicht vor. Dann fragt man die beteiligten Ämter. Das hat die Dame auch getan. Und da hat die gesagt, ja, wenn Sie 1000 Euro haben, können wir neue Fundamente gießen. Dann können wir alles umbauen. Und dann ist das okay. 1000 Euro hat die Großmutter natürlich nicht gehabt. Und hat sich dann an mich gewandt, beziehungsweise an die vierte Bezirksverwaltung. Gibt in jedem Bezirk eine Verwaltungsstelle. In der letzten Sitzung der Bezirksvertretung haben wir dann einstimmig beschlossen, dass wir diese 1000 Euro zur Verfügung stellen. Und ja, gerade gestern hat der zuständige Mitarbeiter des Grünflächenamtes gesagt, dass er die Arbeiten nächste Woche in Angriff nimmt. Und dann steht nächste Woche die Bank da, wo sie stehen soll und wo die Bürgerinnen und Bürger die dann gebrauchen können. Wie ist dann so innerhalb der Bezirksvertretung die Zusammenarbeit? Zusammenarbeit. Also auch die Bezirksvertretung setzt sich aus verschiedenen Parteien zum Beispiel zusammen. Sie sind Sozialdemokrat. Wie funktioniert da so auf ganz lokaler Ebene dann so die Zusammenarbeit? Muss ich mir da die politischen Ränkespiele genauso vorstellen wie auf anderen Ebenen? Oder funktioniert das da eher etwas pragmatischer, möchte ich sagen? Es ist sachorientierter, es ist pragmatischer. Es gibt die Scharmützel, natürlich. Das ist nicht immer harmonisch. Das muss ja auch so sein. Es gibt einen politischen Wettbewerb. Je näher so ein Wahltermin mal rückt, desto hektischer wird es vielleicht mal. Aber im Normalfall, ich sage mal 90 Prozent aller Entscheidungen sind einstimmig. Und jetzt als Bezirksbürgermeister, wie lange kann man das machen? Ich bin ganz ehrlich, seit 1975 gibt es diese Bezirksvertretung in NRW. Und wir im Westen hatten bislang immer die Konstellation, dass die CDU den Bezirksbürgermeister gestellt hat oder die Bezirksbürgermeisterin. Meine Vorgängerin war Frau Westrup. Und deswegen hat auch eigentlich jeder damit gerechnet, dass die Wahlen wieder so ausgehen, wie sie jedes Mal ausgehen. Diesmal war es was anderes, deswegen war von uns keiner so wirklich vorbereitet. Ich hatte mir da nicht wirklich Gedanken drum gemacht. Also wie die Jungfrau zum Kind gekommen. So sieht das aus. Hatte ehrlich gesagt anfangs meine Manschetten, weil ich dachte, möchtest du jeden Morgen bei einer älteren Dame, einem älteren Herrn zum 95. Geburtstag gratulieren? Ist das deine Erfüllung? Hast du dir Politik so vorgestellt? So die persönlichen Abwägungen, die man da treffen muss? Erste Erkenntnis war, es ist absolut nicht so. Ja. Zweite Erkenntnis, an den letzten 90. Geburtstag, den ich in einem Altenheim in Gevenbeck gefeiert habe, habe ich immer noch die besten Erinnerungen. Das sind die schönsten Termine. Und alles andere, was drumherum ist, ist einfach eine super spannende Geschichte. Ich würde es jederzeit wieder machen. Wie lange man das körperlich, psychisch alles durchsteht und den hauptamtlichen Job, mit dem man sein Geld verdient, die Familie und alles andere drumherum miteinander vereinbaren kann. Das kann ich auch gar nicht sagen. Es ist manchmal schwierig. Aber das ist so phasenweise. Jetzt gibt es die Sommerpause. Dann hat man wieder sechs bis acht Wochen ein bisschen Ruhe und dann hat man wieder Kraft, um dann wieder die nächsten stressigen Zeiten vielleicht noch ein bisschen besser zu überstehen. Dann wünsche ich Ihnen bei diesen nächsten stressigen Zeiten eine glückliche Hand und bedanke mich für das Interview. Danke schön. Danke, Herr Bringtrine. Danke, Herr Bringtrine.